Ich glaube, du bist sauer. Ich bin sauer. Kann man ziemlich lang raus? Nein, schade kann man wieder. Schade wäre besser. Ja, mit dem hat er nicht gerechnet. Ich habe einen Deagle-Hit gekriegt. Ja, versteck dich gleich. Ich cross ihn. Der muss ich peaken. Der muss ich wegnehmen. We will stop your little shout. Nehmen wir mal ab. Was, was, was? Oh, du flange, ich hab kurz. Beide, beide, beide bei mir. Ach, schade. A-A-B-B-B-G-M-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-I T-R��. Gehen wir zusammen durch die Flank? Gehen wir beide durch die Flank? Ja. Bin ich tot? Nein. LOL, was hast du jetzt gemacht? Die haben sich gegenseitig geflasht. Die haben beide Teck runtergekett und haben einfach nur ins Klick und umgerührt. Fuck. Okay. Jetzt hauen wir euren Burn. Er kommt wieder. Der steht schon da. Schauen wir zu ihm lang aus. Ja der ist da. Der war mehr wie blind. Ist das einfach geil, wenn wir noch nicht einmal um den Deckel gelaufen sind und er schon Panik schiesst, weil er nicht sieht. Aber das ist gut. Ich habe alle Granaten wieder aufgesammelt. Ich habe keinen Koffer mehr so. Der macht und jetzt geht es in die Winde raus und brennt. Andere Seite glaube ich. Ja. Ja. Aua. Er ist ums Eck gejumped und hat im Springer einen P90 jetzt schon gekriegt. Warte mal. Ich smoke jetzt da short und dann gehen wir lang zusammen. Okay. Aua. Aua. Oh schon. Ja schon. Die machen nur shit beißt die ganze Zeit. Die kaufen nicht um eine körige Waffe. Wir haben Max, Manni. Wir könnten upgraden. Ah, tun wir upgraden, komm. Okay, smoke short wieder, gell. Wir aimen lang. Ich flash mal lang. Oh shit, ich bin komplett weiss. Man, er ist durch. Zwei Stück beide links. Ah. 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 Schade. E-Morten aufhören. Ah. Granate. Immer denn. Fix nochmal. So, warte mal. Ich kaufe jetzt AWP. Und ich aim jetzt lang ab. Bitte keine Granate werfen gar nichts. Ich mach höchstens kurz, kurz. Ja, der Ruckensreiheber. Nice. Die haben schon gewollbankt. Oh. Das waren schöne Kills gerade. Ich machs gleich wieder, gell. Ich machs gleich wieder, gell. Ja. Ich mach wieder ein Moldi auf shot. Und abnehmen. Ich machs gleich wieder ein Moldi. Ich glaub, die wollten sogar kurz kommen. Andere ist lang. Ja, ich mach ihn. Der ist Epsi, ne? Sie müssen überlegen rotieren. Der ist außer hinter uns. Angst. Gott sei Dank. Da vorne kommt Short. Ah. 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 Das geben jetzt zwei gute Shorts, glaub ich. Ah. 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 Ich hab ihm nichts geglaubt. Ah. Oh, Zhang, inhuman reactions. Ach komm, warum auch nicht? Scheisse, ich hab kein Geld mehr für einen Kevlar-Kett. Aber das muss ich jetzt machen. Letzte Runde, das ist so richtig abgebückeln und noch draufschiessen. Der letzte ist low, lang, der ist low. NOL! WTF, ich bin der einzig, weißt du? Ja, das war meine. Komm, jetzt sind wir geschaut. Wir haben noch ein bisschen Luft. Koffer MP. Ich habe geschaut gerade. Oh weh, dann lauf du mir vor. Ich rush jetzt komplett. Nee! Hat das gaukelt? Ja, nicht lang, du. Pass das nicht. Wir nochmal nicht. Ja, kommen wir einfach auf uns bauen. Oh, das war die Leiche, ist jemand. Komm, wir campen es aus. Du schaust ein bisschen da lang und ich schon kurz. Genau so bleiben wir hocken. Du holst da kurz und ich hole mir da lang, wenn ich mir da keine gebe. Ich glaube kurz. Wenn du Stepp gehört. Stepp, Bro. Ja, weil ich vor allem unter dir ist durchgeschossen, gell? Er kommt kurz. Nein, ich habe gerade einen Abdruck. Ich habe gerade einen Abdruck. Boah, das Game ist jetzt schnell gegangen. Halt, die Tür zu. War eine gute Runde. Komm, Uprank. Endlich! Gewinnen sie vier Spiele. Wenn ich mir jetzt endlich mal meine Belohnung aussehen. WP-Best. WP-Best. Was ist eine der Bearbeitung? Ja, sicher.